Was geht Leute? Also wie letzte Woche schon gesagt wurde, heute reden wir darüber, was macht man, wenn der Kunde will, dass die Musik im Nachhinein geändert wird, obwohl er gesagt hat, dass die andere Musik für sein Projekt perfekt ist. Auf geht's! Ich hatte schon ein paar Mal das Problem, dass der Kunde im Nachhinein seine Musik ändern wollte, obwohl die Musik bestätigt wurde. Also ich habe sein okay gehabt, ich habe zu der Musik das Video fertig geschnitten und im Nachhinein hat der Kunde gesagt, es ist alles richtig geil, also Respekt, aber können wir noch die Musik ändern? Natürlich können wir das, aber es kostet alles Geld und viele verstehen das nicht, aber wenn man neue Musik nimmt, also ich weiß nicht wie ihr das macht, aber ich schneide immer zu der Musik meine Videos, also ich will, dass das Ganze dynamisch ist und die besten Schnitte, das sind die Schnitte, die man nicht sieht. Von daher, also wenn das Ganze harmoniert mit der Musik das Visuelle, also das Video und die Musik, wenn das Ganze harmoniert und der Kunde einfach das Video anschaut und sagt, geil, also das ist, so muss es sein, sage ich mal so. Natürlich, wenn man die Musik ändert, dann muss man wieder die Videos anpassen, man muss wieder schneiden, man muss entweder die Videos länger machen, wenn da Effekte mit drin sind, dann muss man natürlich auch noch an Effekten arbeiten, also das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, wenn man einfach das Lied ändert, also einfach, in Anführungsstrichen, einfach, es ist nichts einfach. Man muss weder, zwar nicht von vorne anfangen, also man hat grob schon eine, ich sage mal ein Skelett aufgebaut, aber man muss trotzdem noch Haufen Zeit investieren und alles ändern. Also wie handelt man das Problem, wie ich das mache, also ich kann nur von mir persönlich reden, ich bespreche das mit dem Kunden, bevor ich den Auftrag überhaupt annehme, also das ist ganz wichtig, nicht im Nachhinein. Und ich sage, falls du die Musik ändern willst, das wird so und so viel kosten. Das ist alles individuell, also man kann nicht sagen, okay, einmal Musik ändern, kostet das so und so viel. Das funktioniert nicht so. Wie gesagt, also es kann sein, dass hier, das ist ein einfacher Vlog, ihr schneidet das Video, ändert die Musik, passt das Ganze an, okay. Zwei Stunden Arbeit, wieder alles im grünen Bereich, aber es kann auch sein, dass ihr visuelle Effekte im Video habt und ihr müsst, jetzt ist es gut, wenn man das Ganze kürzen muss, aber wenn ihr das Ganze länger machen müsst, das heißt teilweise Videos tracken, also virtuelle Kamera erstellen, wieder mit den 3D-Modellen arbeiten und 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 und. Also das ist, das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Und von daher bespreche ich mit dem Kunden immer vorab, bevor ich mit dem Auftrag starte. Wenn du die Musik ändern willst, im Nachhinein, obwohl du dein OK gegeben hast, das würde so und so viel kosten. Und ich halte das Ganze schriftlich fest, weil ich musste auch schon eine schlechte Erfahrung machen, aber so lernt man auch, dass ich einfach das Ganze möglich festgehalten habe, weil ich dachte, okay, sind korrekte Leute, muss man nichts schriftlich festhalten. Aber im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, nee, aber das haben wir ja anders besprochen und wir haben es noch nicht mal über WhatsApp, Voice Message geschickt oder Telegram oder sonst noch was. Wir haben es direkt miteinander besprochen bzw. am Telefon, also man kann es nicht nachweisen. Natürlich steht man dann in einem schlechten Licht und einer nicht so günstigen Position. Ja und das hat mich dazu bewegt, dass ich das jetzt so mache, wie ich das vorhin euch erläutert habe. Wie ihr das macht, das bleibt euch überlassen, aber hier ein kleiner Tipp, wie man das eventuell, wie man das Problem eventuell lösen kann. Ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche und ciao.